Wie war denn Dave Made a Maze? Der ist ja jetzt, glaube ich, im Heimkino schon, ne? Der ist im Heimkino schon, ja. Der war... Auch da. Genau, der war auch da. Ja, ganz witzig. Ganz witzig, gut. Nee, der Film nicht. Also, Regisseur Bill Watterson ist bisher vor allen Dingen nur als Schauspieler in diversen Kurzfilmen aktiv gewesen und hat jetzt hier sein Regie-Debüt rausgehauen. Also, ja. Und der Film wurde auf diversen Festivals, glaube ich, gezeigt und auch durchaus gefeiert. Es geht um den Dave, der so ein bisschen Tagträumer ist und der hat in seinem Wohnzimmer einfach mal ein Labyrinth aus Popkartons. Oh, jetzt geht's los. Guck mal, da kommt jemand aus Popkartons gesagt. Da rastet Bih aus, wie nichts Gutes. Ja, dann würde ich sagen, liebe Hörer, wir unterbrechen an dieser Stelle kurz. Wenn ihr geschlafen habt, dann seid ihr jetzt wach. Und dann hören wir uns eigentlich sofort wieder. Aber wir im Bahnenleben machen eine kurze Pause. Also, hören wir uns jetzt wieder. Ja, Biggie ist im Körbchen. Nee, im Labyrinth habe ich sie eingesperrt. Ach ja, stimmt. Da war sie, ja. So ein bisschen wie bei den Peiningen. Das hat sie auch gebellt. Ja, ganz genau. Aber jetzt schneit's, deshalb ist alles gut. Toll. Ja, ich wollte was zu Dave May the Maze erzählen. Es geht um Dave, der ein Tagträumer ist und der hat in seinem Wohnzimmer heil ein Labyrinth aus Popkartons gebaut und blöd sich darin verirrt. Okay, also wir halten fest, Dave ist nicht der Cleverste. Also, ist nicht die hellste Kerze auf dem... Und vor allen Dingen, was muss das für ein Labyrinth sein, bitte? Vor allen Dingen, was hat er für ein Wohnzimmer? Also, in München könnte man sich das nicht leisten. Hat er auch nicht. Und seine Freundin hält ihn deshalb natürlich auch für völlig verrückt. Macht sich auch trotz seiner Warnung dann aber zusammen mit einigen anderen Freunden und einem Kamerateam samt Journalisten ins Labyrinth auf die Suche nach ihm. Ein sehr, sehr großes Rabyrinth ist das. Sehr groß. Nur halt, um dann festzustellen, wenn sie drin ist, ja, dass Dave leider recht hatte und im Labyrinth sogar einige Monster und Fallen warten. Dun, dun, dun. Da ist es wieder wie May Suana so ein bisschen, ne? Ja, geht. Also, klingt auf dem Papier und auch im Film optisch nach einer sehr skurrilen und mal wirklich anderen Idee, muss ich sagen. Kannte ich so jetzt nicht. Und allein dafür kriegt das meinen vollsten Respekt und schon mal eine Schaukel so. Eine, okay, erzähl mit. Ja, weil ich finde es gut, wenn man kreativ ist und mal eine andere Idee hat als den ganzen Einheitsbrei, der da draußen rumläuft. Honoriere ich immer. Auch das Setdesign hier, dieses Labyrinth und wenn es dann hinterher da drin spielt, das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Es gibt einige turbulente, auch charmante, lustige Szenen. Ich sage nur Pappkarton-Handpuppen. Total weird. Ja, und es ist halt wirklich mal was anderes. Aber zur gleichen Zeit eben auch recht speziell und natürlich gewöhnungsbedürftig. Das ist kein Fehl für jedermann, auf jeden Fall nicht. Ähm, die Schauspieler sind völlig okay. Einer darunter unter den Figuren ist etwas nervig. Der Kameramann, der ging mir ein bisschen auf den Sack. Mhm. Es gibt sehr schöne Effekte zu sehen, handgemachte Effekte. Sehr skurrile, seltsame Wesen auch. Manchmal mag das etwas drüber sein, aber nett gemacht ist es auf jeden Fall. Ähm, nicht immer ganz kurzweilig als Abenteuer getarnte Selbstfindungs- und Selbstwertschätzungsgeschichte letztlich auch. Es, ja, doch, kann man so sagen. Also, Labyrinth, ein bisschen assoziiert mit auf der Suche nach sich selbst. Ähm, es ist ein seltsam skurriles Pappkarton-Abenteuer. Ist das ein Genre? Ein seltsam skurriles Pappkarton-Abenteuer, natürlich. Ist das ein Genre, ne? Nee. Jetzt schon. Vielleicht gibt es ja demnächst mehr solche Filme. Oh, super. Ja, dessen Idee allein einfach ein Blick wert ist, finde ich. Mhm. Es ist kein Riesenwurf, aber es ist völlig okay und für ein Regie-Debüt absolut in Ordnung. Und deswegen gebe ich da auch durchschnittliche Zweiner-Pollywood-Schaukeln. Das ist ein Genre-Pollywood-Schaukeln.